So, wie holen wir die alle hier? Mach mal. Schleim, Schleim. Das ist natürlich schlecht, wenn wir auch einen haben. Und dann, der ist auch tatsächlich noch erwischt. War gut. So, du Drecksack. Stirb schon, du Bastard. Ein ekliges Ding. Was? Überlebter Scheißviech. Ach, ich glaube, die wäre jetzt aus dem Weg gehen sollen. So. Die Raketen-Würfel können wir sowieso nicht anfangen. Ach, lass das mal. Guck mal nicht mal Leben fangen, Scheißviech. Dann knallt euch auch die nächste Bombe rein. Wie ist das Mistding? Oh, shit. Oh, shit. Kann ja vorher nach. Nee. Da musst du ausharren, leider. Der bleibt auch wache. Oh, der ist immer Hack. So. Das ist immer hochwichtig. Warum macht der nix? Ist der wütend oder was? Hochwichtig, dass wir da erstmal noch einmal reinlinsen in den Gang. Bevor wir da irgendwas abschießen. Rakete 440. So, ihr Arschlöcher. Ihr habt es nicht anders gewollt. Einmal zurück. Mit Rechtsklick übrigens. Ob jetzt wieder einen erwischt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, die machen wir mal oben. So. 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 Hier, Stinkefängerin ist so. Was nun, ha? Ah, dauert 15 Zeit an Händen leider. Ja, dann lassen wir es verarzten, dann blutet es uns aus. Ja, komm her, Fekka. Und hier ging die Wand, wonach? Da, nach da, nach da und dann wird das hoffentlich klappen. Oder so. Echt Schluss mit lustig. Sehr gut. So, das ist nochmal so ein Ding hier. Das ist schlecht. So, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was da ist. Da bleibt lieber nochmal eben oben. Moin. 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 im kopf heilen und dann sie wieder weg stecken und jetzt auch wieder ein bisschen besser das können wir zurücklaufen die mit dem scheiß angefangen haben die gar nicht so so schluss jetzt gibt die jetzt auf es wäre ich gerade wunderbar das ist ein unterhaltungsraum glaube ich alles klar das ist der lebt immer noch was Au Oh, Blaster Das ist, ähm, ungut Ja, haben wir noch massig Munition Oh, Scheiße Ist alles voll noch Und mit dem Scheiß Blaster Mach' einen Schuss Doch, es geht nicht, ein Schuss Einen noch, einen Schuss noch Nur noch einen Mwahaha So Da rennt einer Oh, Waffe ist bereits geladen Das hab' ich wohl dann doch vergessen Oh Das war haarscharf Aber es ist einer verreckt Ja, und zwar auch genau den ich haben wollte Das kann ich nicht mehr laden Das ist schlecht So Die Motoren sind schon tatsächlich hart drauf Mit den ganzen Waffen Die sich umschleppen Ja, wir haben erstmal so einen Raketenwerfer mit Das hab' ich halb so gut wie der Blaster Die müssen wir jetzt erstmal echt mal ein bisschen Aufklären Bevor die noch irgendwo andersrum eiern Und ich da nichts mehr weiß Nachdem ich einen Blaster an den Rücken kriege oder so Geschafft Das war tatsächlich das Letzte Fünf Leute verloren Aber massiv, Leute Zerfetzt Das war jetzt also ein richtiges Blaster-Gefecht Nicht für das Letzte Mal Das war ja schon gruselig Oh Mann Dann haben wir noch eben die Fusionskugel abschließen Hier Zack, zack Eigentlich wollte ich ja auch ein Leben fangen Aber Nicht wenn ich von beiden Seiten Um deren Stützpunktkontrolle rumstehe Echt nicht Muss nicht sein So Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal Und dann sieht sich dann Und hört sich Und riecht sich Vor allen Dingen dann morgen Vor allen Dingen Ja, ist so